Das Römische Haus ist eines der ersten rein klassizistischen Bauwerke in Deutschland. Es wird nach italienischen Vorbildern 1791 bis 1797 für den Weimarer Herzog Karl August am Hang des Ilmthals erbaut und dient ihm und seiner Familie als Sommersitz. Johann Heinrich Mayer ist an der künstlerischen Ausgestaltung des Gebäudes beteiligt. Neben dem Relief für das Giebelfeld und Wanddekorationen für die Innenräume entwirft er auch die Decke des offenen Unterbaus. Sie wird nach seinem Entwurf mit Kassettenfeldern und dem geflügelten Pferd Pegasus gestaltet. Mayers grösstes Werk für das Römische Haus ist der Genius des Ruhms nach Annibale Caracci. Der Schweizer Maler kopiert das in Dresden befindliche Gemälde bei einem längeren Aufenthalt im Jahre 1794. Er vereinfacht das Bildmotiv und montiert dafür einen Puto aus der sextinischen Madonna von Raphael hinzu. Das zwei Meter hohe Gemälde Mayers ziert für einige Jahre den Vorsaal des Römischen Hauses. 1805 lässt Herzog Karl August es als Deckengemälde in der Anna Amalia Bibliothek einsetzen. Beim Brand der Bibliothek im Herbst 2004 wird Mayers Werk völlig zerstört und muss durch eine Kopie ersetzt werden. Zugleich mit dem Römischen Haus ist in Weimar noch eine viel grössere Bauaufgabe zu lösen. Das 1774 abgebrannte Weimarer Stadtschloss wird in den Jahren 1788 bis 1804 wieder aufgebaut. Unter Goethes Oberaufsicht wirken in diesem Zeitraum von 16 Jahren mehrere bedeutende Architekten. Es entsteht ein Ensemble im klassizistischen Stil, dessen schlichte Eleganz die Modernität des Fürstenhauses repräsentieren soll. Der neu aufgebaute Ostflügel enthält den Festsaal, ein Hauptwerk der klassizistischen Architektur in Deutschland, und ein elegantes Treppenhaus von Heinrich Genz. Mayer übernimmt bei der Ausstattung der Innenräume im Stadtschloss einige Aufgaben. Für das runde Ankleidezimmer der Herzogin Luise entwirft er einen Fries, der den Zyklus des menschlichen Lebens darstellt. Der Luisenfries zeigt ein Männerleben, wie es Mayer zum Teil selbst erlebt hat. Die Jugend auf dem Land, die Rumpilgerschaft oder das Wirken zugunsten der Allgemeinheit. Mayer entwirft auch das Deckengemälde in Herzog Karl Augusts Schlafzimmer. Vier Genien tragen das Weimarer Wappen. Die Farbgestaltung zeigt, dass Mayer bei den Gewändern der Genien Goethes Farbenlehre berücksichtigt hat. Die rechts oben angegebene Farbe Pfirsichblüt ist Goethes Ausdruck für ein helles Purpur, die edelste Farbe in seinem Farbkreis. Beim unteren und oberen Paar sind die Komplementärfarben Gelb-Violett und Grün-Purpur kombiniert. Das dankbare Fürstenhaus ehrt Mayer 1854 posthum mit einer Büste im Marmortreppenhaus des umgebauten Westflügels, das eine Art Weimarer Ruhmeshalle darstellt. Mit seinen Arbeiten fürs Schloss gerät Mayer aber auch ins Visier der Spötter. 1802 veröffentlicht die Zeitung für die elegante Welt eine Besprechung von Werken Mayers, die sich über seine beschränkten Fähigkeiten als Maler lustig macht. Der Redakteur Karl Spazier schreibt ironisch über die Wappendecke, Auch Goethes Farbenlehre wird in dem Artikel bespöttelt. Die unterschiedlichen Reaktionen der Betroffenen hat ein Zeitgenosse festgehalten. Goethe ist wütend darüber und spricht von Buben, die sich unterfangen. Mayer stellt sich ganz gelassen und sagt, es sei dumm und platt und er begriffe nicht, wie es Goethe ärgern könne. Der Herzog amüsiert sich am meisten und neckt Goethe rasend damit. Mayer und Goethe reagieren doch noch anders, nämlich mit einer Karte für Spazier, Pour faire visite à Weimar. Auf der Visitenkarte heisst es, Mit Ironien bin ich euch recht elegant erschienen. Ihr denkt wohl, es ist mein Gesicht, es ist mein Arsch, zu dienen. Ich bin ein Arsch, zu dienen. Vielen Dank.